Ich habe hier eine Kartonage. Ich habe mit der Steffi getauscht, bei Instagram und auch bei YouTube zu finden. Ich verlinke ihre Kanäle und ihr Instagram-Account. Ich weiß gar nicht, wie man das verlinkt, um ehrlich zu sein, weil ich gar nicht, noch nie bei Instagram auf dem Desktop war. Keine Ahnung. Ich mache auf jeden Fall zusammen mit euch auf. Wir haben gesagt, wir tauschen 60, 61 Teile. 60, sagen wir mal, 62 Teile darf bloß nicht eine allzu gerade Zahl sein. Ja, das, genau. Ich wollte gerade gucken, weil manchmal ist bei mir irgendwie Post drin, die nicht von mir ist. Ja, ich habe meine Uhr eigentlich wieder. Das ist eine Fossil, die ist schon uralt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Modell überhaupt noch im Handel gibt. Die habe ich mal sozusagen in so einem Second-Hand-Shop mal für einen Fünfer gekauft oder sowas. Die ist so geil. Jetzt habe ich die Batterie wechseln lassen. Hammer. Ich liebe solche einfach gechillten Uhren. Und ich trage eigentlich auch eine Uhr, nur möchte ich nicht diese teuren Uhren für 200 tragen. Ja, genau. Okay, super. Ich sehe schon richtig viele Sachen. Okay, okay, okay. Oh, cool. Ja, cool. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich habe schon eine Sache entdeckt, die ich richtig gut finde. Hi, Steffi. Ist der original oder war das auch so ein Fake? Kannst du mir da genauer sagen? Weil das ist meine Lieblingsfarbe von Lime Crime. Ob das ein Fake ist oder nicht. Sonst würde ich das nämlich gerne mal ausprobieren, weil die Fakes... Ja. Ich mache ein Extrakörbchen für dich, um zu gucken. Okay, wir haben hier von Lime Crime ein. Ich weiß nicht, ob das ein Fake ist oder ein richtig. Das ist Bleachet. Finde ich cool. Ich habe ihr keine Lippenprodukte eingepackt, weil sie keine Lippenprodukte mag. Ich hoffe, ich habe keine eingepackt. Ich denke aber nicht. Dann ist hier was dabei von Kylie Jenner. Ich vermute, dass das Fakes sind. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Exposed ist die Farbe. Sieht sehr, sehr cool. Ausgefällt mir richtig gut, obwohl ich eigentlich gar nicht so die Lippen-Tante bin. Ich könnte ja meinen Fenty Beauty auftragen, gell? Ich liebe den übrigens. Muss ich jetzt in jedem Video erwähnen. Genau. Dann ist hier ein cooler Pinsel dabei. Wenn das meine Tochter sieht, dann ist er weg. Ich werde ihn versuchen zu verstecken. Nein, Quatsch. Wenn sie ihn haben möchte, darf sie ihn haben, weil ich bin... Ja, weiß ich nicht. Ich bin so bei meinen Stammis und meine Stammis und da geht gar nichts mehr. Aber der ist wunderwunderschön. Ich merke schon, das Video wird länger. Dann ist hier ganz viel Love drin. Also, wow, wow, wow. Einmal von Love in... Oh, cool. Liquid-Matt-Lipstick in so einem Pink-Rot. Sieht heiß aus. Um ehrlich zu sein. Ich weiß es nicht. Die sind schon benutzt, ne? Eigentlich mag ich gar keine benutzten Sachen, um ehrlich zu sein. Ja. Die sehen relativ benutzt aus, weil... Ja, wow, nee. Ich weiß es nicht. Was soll ich machen? Heavy. Was ist da los? Ja, das sind leider alle benutzt. Ja. Das ist jetzt nicht da nix. Und Lip-Creams, diese Matte-Lip-Creams mag ich persönlich gar nicht. Ich hatte einen Ton, den hat die Niki mir zugeschickt. Der ging... Der ging und war ganz in Ordnung. Also, ich schreibe dich gleich mal an, wenn ich hier fertig bin. Und frage dich mal, ob das Original ist oder Fake oder sonst was. Dann sind hier coole Dinge dabei, so Pinsel. Den werde ich weitergeben. Ich habe meinen Liebsten von Laurena. Da sieht... Mama, Mama, mach das im Wohnzimmer. Hula-Hoop machen, ne? Das sieht echt edel aus und cool und... Aber ich benutze den nicht, weil der so gewillt ist. Ich finde, ich habe zu viel Kraft in meinem Finger. Dann geht das gleich kaputt. Und ich habe von Laurena einen, der ist besser. Bei denen, denke ich, sortiere ich auch aus, obwohl es echt für Kontur gar nicht so schlecht ist. Und ich muss sagen, mein Highlighter ist so geil. Wirklich geil. Soft and Glory. Love it first blush. Aber ich habe es als Blush- und Highlighter-Topper genommen. Sieht so saftig und prall aus und passt perfekt zu meinem Lipgloss. Und seht ihr, was ich meine? Wenn Lipgloss Fäden zieht, weiß ich nicht. Das hier wollte ich austesten. Da freue ich mich richtig drüber. Tinte Day Cream, weil ich habe ein neues Sortiment von Essence, drei Lidschatten gekauft. Und möchte einfach gucken, ob ich damit einen Look mache oder sogar gleiche Töne in irgendeiner Palette habe, bestimmt. Und möchte euch sie dann verschenken. Also ich bin mir noch nicht sicher. Normalerweise totaler Schwachsinn. Ich kaufe Sachen und möchte die dann gleich weitergeben. Den Pinsel wollte ich mir mal angucken. Aber ich denke, dass der auch weiter wandert, weil das so gummiert ist und das mich mega nerven würde. Und ich habe schon so einen flachen. Aber es freut sich bestimmt jemand anderes. Dann haben wir von Adeko so ein... Was bist du denn? Von Adeko so ein... Ich vermute, dass es so ein Matt-Lipstick ist. So sieht es aus. Auf jeden Fall sehr interessant. Mach ich mal ins Körbchen. Dann von Kiko Fluid Foundation Goldwells. 0-1 Kiko, wie gesagt, Kiko Milano. Ist irgendwie so eine leichte Textur. Hat Lichtschutzfaktor 25. Kommt auf jeden Fall in meine Foundation-Test-Ecke da. Mensch, das ist schon wieder so viel. Dann zweiter Tuch. Ah, cool. Oh, wenn das meine... Ja, ich probiere es gleich mal aus. Denn ich bin wie ein nasser Pudel. Das riecht original wie... Ich weiß es nicht. Da freut sich auch, denke ich, meine Tochter drüber. Aber es... Ich weiß es nicht, ob Alkohol so ähnlich riecht. Da ist bestimmt Alkohol drin. Ja, Alkohol-Dinner. Gleich in zweiter Stelle. Juhu. Es rieche ich... Schmecke ich sogar. Und bin schon besoffen. Da, ich habe dir dieselben, glaube ich, mitgeschickt. Ich bin mir nicht so sicher. Aber die kommen direkt in die Autotierkiste. Ja, von Make-up Revolution. Dieses Vivid Baked Highlighter. Ich mag es nicht. Also, ich mag die Trix2D super butterweich. Ja, ich mag aber nicht die Farbe. Ich finde, das steht mir irgendwie nicht, weil das rosastichig ist. Und Gold oder Champagner würde ich eher bevorzugen. Dann ist hier ein super schöner Blender. Ja, ja. Die gehen an meine Tochter. Die ist gerade am Experimentieren. Und, ja. Da freut sie sich mega drüber. Siehst du, mehr Jungfrauen und Türkis-Fan. Also, bitte. Oh, cool. Den Blush-Stick würde ich gerne ausprobieren. Denn ich habe ihn nochmal da. Aber geschlossen. Dann würde ich lieber den ausprobieren. Und gucken, wie der ist von Love. Und gucken. Vielleicht hast du mir eine Foundation eingepackt von Love. Das war der Hit und der Shit. Dann ist was Cooles dabei von Mecha Prevolution. Ich habe gerade reingespickelt. Das ist Radiant Lights in der Farbe Glow. Finde ich wunderschön, wenn ich swatche. Wirklich. Es ist genau das, was ich suche für meinen Highlighter. So etwas bronzig, goldig und Champagner-mäßig feiere ich. Da halte ich auf jeden Fall. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, da sortiere ich nicht viel aus. Dann My Perfection Color. Das ist eine Foundation. Die teste ich auf jeden Fall mit euch. Denn ich habe hier keinen Prime-Markt. Und ich finde, 6 Euro für eine Foundation ist in Ordnung. Ist aber auch nicht günstig, ne? Ja, kein Pumpi dran. Kommt auch wahrscheinlich gar keiner hin. Weil, wie soll man es benutzen? Aber feiere ich schon mal zum Testen. Ich bin ein absolutes Foundation-Baby-Kind. Dann sind hier noch NYX Matte Lip Creams dabei. Wie gesagt, die sind schon verwendet. Sind die auch aus den Tauschpaketen oder von dir selber? Weil dann würde ich es einfach entsorgen. Ja, ich denke, dass ich sie entsorge. Dann ist hier noch ein kleines Baby drin. Auch eine Soft Matte Lip Cream. Auch die verwendet. Leider mag ich nicht so gerne Lip Creams, die verwendet sind. Oder Lip Glosse. Klar, von meinen persönlichen, privaten Mädels ist es weniger schlimm, sag ich mal. Wie wenn ich jetzt einfach, ja, so benutzte Sachen... Ist eine schöne Farbe. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also nicht so viel Farbabgabe. Wisst ihr, was ich meine? Also, ja, nö. Also Lippenstifte, okay. Sowas finde ich blöd. Und scheiße, ich gehe schon wieder heute aus dem Haus und habe wieder Swatches an den Händen. Den kriegt ich ja nicht ab. Strobing-Effekt. Ja, das ist ein Baby. Das kommt immer wieder zurück. Ich schicke es immer wieder weiter. Ich weiß es nicht. Viele feiern den ja irgendwie. Ich probiere es mal mit dem nochmal. Aber ich denke, der darf dann weiterziehen. Dann haben wir hier Ice Ice Baby. Ein Highlighter von Essence. Ich denke, dass der auch weitergeht. Der hat auch Glitzerpartikel. Und mag ich einfach nicht. Dann möchte ich austesten. Ich sehe schon. Einmal die 110 Lumines. Dann Stay Matte But Not Flat. Nix Foundation. Foundation dürfen meistens bei mir bleiben. Dann habe ich hier, genau, okay, Essence. Essence Foundation. Die können wir auch zusammen nochmal austesten. So ein Foundation Date zu machen. Dann feiere ich auch die HD. Und vor allen Dingen in der 30. Und ich fühle mich wie ein Bonze. Ja, mit so einer vergoldeten Uhr hier. Und keine Ahnung was. Man redet dann gleich so anders da. Und man ist ganz, ganz cool. Radiance Foundation liebe ich. Wie knackig braun ich mich dieses Jahr bräune. Wenn ich mich nicht wohlfühle, habe ich auch gar keinen Bock, mich zu bräunen. Das sieht auch ganz, ganz toll aus. Mensch, hast du tolle Sachen da drin. Oh, das ist... Ich habe ja ein Problem mit diesen Pipettenteilen. Von Catrice. Aber der... Oh, das sieht so schön aus. Mann, ich kann doch eine 20 Pipettenteile haben. Das geht doch nicht. Den sortiere ich aus. Ich habe die 010 und finde sie schöner. Das ist der Awaychip Bronzer. Vielleicht hat ja jemand anderes Interesse. Dann habe ich Highlighter Powder von Catrice. Merry Christmas Blossom. Ich habe auch manchmal keine Idee, ne? Weil ich halte hier wieder ein Blossom-Produkt. Es sind so ein Catrice harmonieren ja zusammen. Den hatte ich auch schon da. Das ist für mich kein Blusher. Das ist für mich einfach zu hell und zu unscheinbar dann. Das geht auch weiter. Aber die anderen Sachen, die feiere ich gerade im Moment. Foundation, ja. Ich denke zwar, dass die 110 zu hell sein wird. Aber weiß ich nicht. Keine Ahnung. Pizza. Dann habe ich hier ein Mousse-Make-up von Catrice. Da ist so viel Silikon drin, aber es macht eine schöne Haut. Pass auf, sonst fliegt hier alles runter. Dann haben wir Essence Primer. Das ist ein Matifying Pore Minimizer. Liebe ich. Also, ich weiß es nicht, aber ich liebe Porenverfeinende Primer. Das ist nicht für den Finger. Das ist für die Pinsel. Lass den Quatsch. Shimmering Bronzer kommt weg. Dann haben wir hier einen riesen, riesen Jumbo Metal Highlighter. Bitte, ich bitte euch, wer braucht so einen riesen Highlighter? Mir würden als diese 4 Gramm Püttere reichen. Nee, ist auch nicht mal. Ich finde, das sieht so ein bisschen grau aus. Ich weiß es nicht. Also, ich weiß es nicht. Essence, lass den Quatsch mit so riesen Highlighter. Highlighter in so einem Pott mit 8 Gramm reicht vollkommen aus. Dann haben wir hier einen Creme Rouge. Ja, das werde ich auf jeden Fall testen. Ich möchte so ein bisschen auf die cremigen Produkte eingehen, sag ich mal. Das ist auch eine Limited Edition gewesen und werde ich mal testen. Und dann, oh cool. Ja, cool. Das ist von Wet n Wild. Das ist der andere Highlighter. Den habe ich nicht. Ich habe die andere Farbe. Der ist cool. Der gefällt mir wirklich. Auch von der Farbe her sieht cool aus. Wird behalten und getestet. Wenn er dann doch nichts ist, dann geht er natürlich weiter. Dann habe ich hier einen Blush. Ja, der ist nichts farbtechnisch für mich. Aber das macht jetzt was. Ich bin auch froh, wenn ich was aussortieren kann. Jetzt mein Sohn... Ich dachte, mein Sohn hat meinen Lappen mitgenommen. Hier. Zum Swatch entfernen. Models Own. Ach, das ist so Highlighter, ne? Oh, das sind aber tolle Highlighter, muss ich ehrlich sagen. Wirklich. Schaut mal. Das sind coole. Cool. Und es ist klein. Also das Highlighting Trio. Und es gibt wirklich ganz, ganz tolle und subtile Farbe ab. Wir werden testen. Also wir sind nur noch dabei, Dinge zu testen. Ja. Morgen um 9 drauf. Jetzt haben wir 14 Uhr oder 15 Uhr. Genau, 15 Uhr 30. Und ich bin immer noch todes matt. Und das liegt nur an diesem Mattpuder von... Das würde ich auf jeden Fall nochmal nachholen. Dann haben wir hier ein Mosaik-Blush von Essence. Ja. Ich denke, nein. Ich behalte es nicht. Ist die Farb Nummer 40. Ja. Dann haben wir hier noch was. Das hatte ich auch schon mal. Und es wird auch direkt aussortiert. Dann habe ich etwas, was ich unheimlich schön finde. Und jemand, der das benutzt, denke ich, feiert das Ding auch. Die Verpackung ist natürlich schrottig wie immer. Aber der Highlighter ist unglaublich schön. Den habe ich auch behalten, weil der wirklich ganz, ganz toll ist. Aber leider Gottes brauche ich keine Backups in meinem Leben. Das ist ja süß. Das ist ja süß. Das ist doch so eine Färm... Miss Piggy. Miss Piggy hat eine schöne Farbe, muss ich sagen. Was ist denn das? Tanning Powder. Sieht toll aus. Kann ich mir vorstellen, drauf zu machen. Von der Farbe her, weil das so ein schönes... Ja, fast schon blushartig peach geht. Dieses Bronzing. Und der Highlighter von... Wenn ihr einen sucht, der wirklich Wumms im Gesicht hat, dann kann ich euch den Revolution anbieten. Das ist Illuminate. Und das ist wirklich richtig schön. Also das ist unglaublich, wie zart das so im Gesicht aussieht. Also so... Weil das einfach von der Textur her nichts großartiges hässlich betont. Der bleibt auf jeden Fall auch in meiner Sammlung. Dann ist hier Jumbo Highlighter von der Kubanita LE. Irgendjemand, Jenny Schatz, benutzt du denn den als Illuminator im ganzen Gesicht? Irgendjemand hat das doch benutzt, oder? Mir war das wahrscheinlich zu extrem. Aber so als einzelnen Highlighter... Ich gucke mal, wie das dann aussieht über meinen Highlighter jetzt. Ich muss mal was testen, ja? Weil... Es ist eine Schande, finde ich, weil das 20 Gramm sind. Highlighter. Hallo. Highlighter kommt nur hier drauf. Ein bisschen da und fertig. Ja, ich gehe heute so Schminklichter abholen. Ne, das ist... Geht weiter. Ja, ich gehe Schminklichter abholen, weil ich... Kennt ihr die von Ikea, diese Teile? Die man dort kaufen kann. Die hole ich. Ja, interessante Farbe hier. Werde ich aber auch weitergeben. Ist aus einer LE, aus der Glitter. Da habe ich ja auch was geholt. Aber es ist nichts für mich. Dann ist Full Essence da. Ja, das geht auch weiter. Das mag... Ich mag das irgendwie nicht so. Ich weiß es nicht. Ich habe es zwar nicht... Es ist bestimmt schön. Okay, das ist einfach nur ein helles Puder. Und das ist ein Blush. Echt peachig. Ich teste. Oh, Mensch! Und ich gucke nochmal alleine durch, ob ich das wirklich alles behalten muss. Ob meine Seele nicht sagt, lass den Scheiß. Geht auch weiter. Ja, illuminiert mir nicht genug. Dann haben wir von Catrice was. Das war aus einer LE. Da habe ich auch diese Perlen von. Genau, das war aus dieser Perlen LE. Toll sieht es auf jeden Fall aus. Ich weiß, dass ich auch diese Art von Blushes eigentlich auch mag. Aber das geht weiter. Ich würde den wahrscheinlich bevorzugen zu nehmen. Der ist matt. Dann habe ich hier was Interessantes. Das ist von Rival de Lupe Young. Ne, das mache ich komplett weg. Den kann ich nur niemandem mehr geben. Dann haben wir von Love einen Augenbrauenstift, glaube ich, ne? Oder was ist das? Okay, ich habe das verstanden jetzt. Das werde ich austesten. Das ist so eine, ja, so eine Creme, die dann da rauskommt und dann schmiert man sich das in die Augenbrauen. Von der Kabe hier könnte es passen. Wir testen mal. Vielleicht sehe ich ja irgendwann aus wie ein Clown. Das werde ich ja auch feiern. Dann ist hier ein Puder drin. Das ist ein Highlighter Powder. Ja, so subtil. Gibt es das noch? Ähm, Standard Sortiment. Habe ich noch nie gesehen. All Your Luminous Glow. Der Glow ist wirklich schön. Also der ist ganz subtil. Eigentlich kann man sich das auch ins ganze Gesicht gletschen. Hier ist auch ein Hinterpen drin. Ja, was soll ich sagen? Keine Ahnung, brauche ich das? Oder brauche ich das nicht? Ne, ich brauche das nicht. Dann brauche ich auch nicht, obwohl ich sie toll finde, weil ich sie schon da habe, diese Palette. Da freut sich auch jemand anderes drüber. Und diesen Blush hier, Touch of Berry. Touch of Berry, habe ich den mal leer gemacht? Weiß ich nicht. Irgendjemanden habe ich leer gemacht. Ein P2. Ja, schöne Farbe, aber geht auch weiter. Dann habe ich hier von Youstar eine Palette. Eine For The Ultimate Natural Glow. Die werde ich austesten. Ich habe da so einige Sachen, die ich einfach austeste und dann geht der Rest weiter. Von Alverde ist eins Romantico dabei. Ein tolles Rouge. Werde ich mal austesten. Ich glaube, das riecht aber nochmal gut. Nee. Kommt in die... Also, das riecht man am Alverde, das wird dann richtig so nach Essig riecht das. Nach Essig und nach Putzmittel. Ist nicht gut. Also, ich kenne den Alverde-Geruch, aber gut. Das ist jetzt nicht so ein Drama. Aber verkraften wir alle. Ähm, dann ist hier eine Shape & Blush Palette von... Weiß ich nicht drinne. Sehr interessant. Geht auch weiter. Ich nutze sowas eigentlich nicht. Und dann The Glow Must On. Das ist cool. Finde ich cool. Habe ich mal angeguckt. Aber auch das ist mir leider zu groß. Ich finde, das ist so ein tolles Produkt. Und man kann wirklich tolle Looks schminken. Aber der Glow ist auch unglaublich, ne? Aber wohin mit so einem Riesenteil? Dann haben wir noch das hier von Patrice. Oh, das ist sehr pink. Das ist Ina Think Pink. Think Pink. Und das hier. Da haben sich ja viele beschwert, weil es so pudrig irgendwie war. Ich finde das cool, weil man einfach nur ein Produkt mitnehmen muss. Oder kann. Ich finde da wieder die dunkle Farbe sehr interessant. Aber vielleicht freut sich da jemand anderes. Sieht so ein bisschen aus wie Smashbox. Und das letzte ist Konturkit von Primarkt. Das sieht so aus. Ist hochwertiger sogar. Ja, genau. Und ja, ich freue mich. Ich habe einige Sachen. Der Rest kann weitergehen. Den ist leer. Und ja, ich freue mich. Auch, dass ihr mitmachen, mitgucken konntet, was ich behalte. Und im Endeffekt sortiere ich dann nochmal zu Hause aus. Also selber für mich, weil ich gucke dann einfach die Dinge an, ob es mir überhaupt gefällt oder nicht. Und ja. So ist es. Und dann sortiere ich auch uns. Wir schminken uns dann ein Fullface auf meine Mädels, die mit mir getrasht haben. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Es wird noch ein Trash-Paket folgen. Und dann sehen wir uns wieder. Ciao.